Willkommen im Aquacentrum. Damals, aufgrund des Coronavirus aus der chinesischen Stadt Wuhan, gab es eine verstärkte Nachfrage nach Desinfektionsmitteln, die Viren abtöten. Da wir im Aquacentrum schon lange ECA-Anlagen in unserem Sortiment haben, war das für uns kein Problem. Wir haben uns mit der besten dieser ECA-Anlagen einfach unser Desinfektionsmittel selber gemacht. Für die Leute, die mit einer ECA-Anlage Desinfektionsmittel in größeren Mengen herstellen wollen, kommt jetzt das, was unsere beste Anlage ausmacht. Der Link ist für Euch in der Videobeschreibung. Die Aquavolta Kirkmeyer hat folgende Spezifikationen. Getrennte Abteile für hydraulische und elektrische Komponenten. Zelle mit doppelt gekühlten Elektroden und integriertes Elektroden-Spülsystem. Inklusive Ethernet-Anbindung bei allen Geräten standardmäßig dabei. Ein Geschenk des Aquacentrums. Mobiltelefon App IOS und Android Steuerung und Monitoring der ECA-Anlage. Weitbereichseingang der elektrischen Spannung von 100 bis 240 Volt. Membrane auf PTFE Basis und beide Elektroden aus Titan. Verbindungsstücke und Schläuche aus PTFE oder PVDF. Touchscreen PLC Steuerung für Strom und Spannung. Möglichkeit der Einstellung und extreme Stabilität des pH Wertes. Automatischer Start und Stopp durch integrierten Schwimmerniveauschalter. 2 Jahre Garantie auf Komponenten und Elektrolysezelle. Niedrigsalzanlagen verfügbar ab Kirkmeyer AMI Serie. Ersatzteil und Reparaturservice während und nach der Garantiezeit. Alles andere, was ihr wissen wollt, steht auf der Website. Wie gesagt, ihr findet diese in der Videobeschreibung. Ich gebe euch noch ein paar Anregungen, in welchen Bereichen die hypochlorige Säure des Anolyt anwendbar ist. Landwirtschaft, Brauereien und Getränkeindustrie, Kühltürme, Molkereien, Fischzucht, Lebensmittelindustrie, Gesundheitswesen, Legionellenprävention, Tierzucht, Schifffahrt, Nationale Vorfälle und Katastrophen, Öl- und Gasindustrie, Schwimmbäder, Transportwesen, Tierhaltung, Wasserversorgung, Geflügelindustrie, Hotel- und Gaststättengewerbe. Bleibt gesund und bitte schaut euch die Website an, dort findet ihr relevante Informationen.